Wie schön, dass ihr auch zu diesem letzten Vertiefungsvortrag eingeschaltet habt, die Nummer 12 mittlerweile mit dem Titel Die Adventistische Metropole – Missstände in Battle Creek. Bedenken wir, dass im Jahre 1893 der Ruf von Ellen erging, Battle Creek zu verlassen. Und der Grund für diesen ernsten Aufruf, dass diese adventistischen Familien Battle Creek verlassen sollten, waren die Missstände in Battle Creek. Wir lesen darüber, ich wende mich an die Gemeinde in Battle Creek, handelt nach den Ratschlägen Gottes. Es besteht die Notwendigkeit, Battle Creek zu verlassen, viele von euch. Ihr müsst dabei klare Vorstellungen haben, was ihr tun werdet, wenn ihr Battle Creek verlasst. Viele folgten dem Ruf und es waren ca. 100-200 Glieder, die die Stadt verlassen hatten, weil sie Ellens Worte ernst genommen und Gottes Ruf befolgen wollten. Ellen wurde im Nachhinein darüber unterrichtet, sodass sie Ende 1893 dann sagte, dass der Umzug wirklich nötig gewesen sei, aber er dürfe dennoch nicht in Eile oder überhastet erfolgen. Dein Brief teilt mir mit, lieber Bruder, dass es viele gibt, welche tief berührt sind und aus Battle Creek wegziehen wollen. Es ist notwendig, dass dies getan wird, und zwar jetzt. Diejenigen, die sich zum Wegzug gedrungen fühlen, sollten es aber nicht hastig, aufgeregt oder übereiltun, sondern in einer Art und Weise, dass sie danach nichts bereuen. Das heißt, Ellen hatte sie, hatte ihnen geraten, ja, dies genau zu tun, aber es sollte wohl überlegt erfolgen. Und die Frage, die wir uns jetzt mit diesem Vertiefungsvortrag stellen wollen, ist, ja, welcher Art Missstände herrschten denn in Battle Creek vor? Warum hat sie dazu aufgerufen? Sie sagt, Geschwister, warum fahrt ihr fort, so viele Dinge in Battle Creek zu konzentrieren? Warum hört ihr nicht auf die Ratschläge und Warnungen, die euch hinsichtlich dieser Angelegenheit gegeben wurden? Warum führt ihr keine entschiedenen Schritte durch, um Zentren der Einflussnahme in vielen großen Städten zu errichten? Zieht aus, Geschwister, zieht aus. Warum verbergt ihr euer Licht, indem ihr in Battle Creek bleibt? Geht in andere Gebiete. Das war einer ihrer ersten Gründe, warum sie dazu rief, Battle Creek zu verlassen. Denn die Christen sollten das Salz der Erde sein, aber ein Salzklumpen, also konzentriertes Salz, könnte ziemlich unangenehm und ungenießbar sein. In Battle Creek schien das Licht womöglich kräftig, aufgrund der hohen Anzahl an Gläubigen. Aber genau dieses Licht fehlte an anderen Orten, wo Gott doch auch einen guten Einfluss auf die Menschen ausüben wollte und sich ihnen offenbaren wollte. Das heißt, dort an diesen anderen Orten hatten sie ihren Auftrag nicht erfüllt und sie waren kaum möglich, dort zu missionieren. Und dies hatte Folgen, diese Konzentration in Battle Creek für ihre Geistlichkeit. Darüber heißt es, überall um uns herum sind die Felder reif zur Ernte. Daher fordert Gott viele in Battle Creek, die bereits an, das war ihr Problem geistlicher Ermüdung, Sterben, auf, dahin zu gehen, wo ihre Bemühungen für die Sache Gottes gebraucht werden. Verlasst Battle Creek und zwar genau aus diesem Grund. Selbst wenn es für euch ein finanzielles Opfer mit sich bringt, geht dahin, wo ihr zum Segen für andere sein könnt, geht dahin, wo ihr eine schwache Gemeinde stärken könnt. Das heißt, die Adventisten in Battle Creek haben sich sozusagen ihren Himmel auf Erden aufgerichtet. Aber genau in diesem Moment hatten sie auch ihren Eifer für Gott und für die Mission und ihre Liebe für andere Menschen, für die sie ja gar nicht mehr wirkten, verloren. Und damit in diesem Moment wurden sie zu lauen Christen, die gar nicht mehr ihren Zweck und ihren Sinn erfüllten. Die Gründe dafür sind darin gelegen, dass sie keine Kontakte mehr zu Interessierten hatten. Und sie lebten letztlich in einer geschlossenen Kommune. Sie waren wenig eingebunden in der Gemeinde, weil jede Aufgabe hätte von auch zehn anderen, davon gab es ja genug, erfüllt werden können. Also eigentlich wurden ihre Gaben gar nicht gebraucht. Andere würden die Verantwortung, andere würden die Lasten tragen. Und das Paradoxe war, dass im Nordwesten, wo die Ernte reif war, ihr Werk und ihr Einfluss vonnöten gewesen wäre, denn dort gab es viele Neubekehrte, aber genau dort fehlte dieser Einfluss nun. Ein zweites Problem ist das Battle Creek College. Hier wurde die nächste Generation von jungen Leuten, auch jungen Missionaren, von Adventisten ausgebildet, aber gerade dort beim College, wo sie doch eine gute, eine christliche, eine adventistische Erziehung bekommen sollten und vor dem Einfluss der Welt geschützt werden sollten, gerade dort waren die Missstände am massivsten. Dazu heißt es, ich bin so sehr beunruhigt, so dass ich nicht imstande bin zu schlafen. Ich wurde auf Dinge aufmerksam gemacht, über die ich euch unterrichten muss. Ellen schreibt hier über das College und wir fragen uns, wodurch wurde sie so sehr beunruhigt. Dazu heißt es weiter, die Lehrer an unseren Schulen des Sanatoriums und Battle Creek Colleges müssen ständig auf der Hut sein, so dass ihre Pläne und der Stil ihrer Leitung, wie bitte, nicht den Glauben der Studenten auslöschen. Das war ja eigentlich das Geringste, was hätte passieren dürfen. Das war das, was man am ehesten hätte verhindern müssen, weil es genau umkehren würde, die eigentliche, den eigentlichen Sinn eines Colleges. Das heißt, Ellen sah das Problem darin, dass der Glaube der Studenten gefährdet war. Und das ist paradox, weil das College genau die umgekehrte Aufgabe gehabt hätte. Und auch hier fragen wir uns, wodurch kam es zu dieser Entwicklung? Dazu sagt sie, Jahre sind bereits vergangen und immer noch legt man den Studenten die Notwendigkeit nahe, noch weitere Jahre im Studium zu verbringen. Dieser Prozess des In-die-Länge-Ziehens, des Hinzufügens von mehr und mehr Zeit und weiteren Wissensbereichen ist einer der Fallen Satans, um die Arbeiter zurückzuhalten. Die Studenten würden gar nicht daran denken, ihr Eintreten in das Werk Gottes auf diese Weise hinaus zu schieben, wenn solche, die sich selber als Hürden ausgeben, es ihnen nicht aufdrängen würden. Das heißt, durch das College letztlich kam es zu einer Umwandlung von missionseifrigen Studenten, denn als solche gingen sie auf das College zu intellektuellen Schreibtischaspiranten, die für Gottes Werk nicht mehr tüchtig, nicht mehr fähig wären. Und problematisch war daran, dass genau diese zukünftigen Missionare von dem Werk Gottes ferngehalten wurden durch das College und durch das lange Studium und der Missionseifer ausgelöscht wurde und das Bücherwissen einseitig betont wurde. Es letztlich zu einem Verlust der Ausrichtung auf die Mission kam und sogar letztlich der Glaube der Studenten gefährdet wurde. Das heißt, sie kamen als Missionare, aber sie gingen als Gelehrte, die auf niemanden mehr Einfluss ausüben könnten. Sie waren dadurch geistlich tot geworden und hatten diese Seelenlast für andere Menschen verloren. Auch das kam abhanden. Und in dem Moment, wo du keine Liebe mehr und keine Last mehr für andere Menschen hast, ist doch auch all das Bücherwissen wertlos in dem Moment, weil wofür willst du es einsetzen? Um ein intellektueller zu sein, was bringt es dir dann? Anderen bringt es überhaupt nichts. Ein Markstein in dieser Entwicklung war der Beschluss aus dem Jahre 1889, wo beschlossen wurde, dass die handwerklichen Betriebe abgeschafft werden sollten. Das war nicht nach Gottes Plan. Dies war entgegen dem Licht von Ellen White. Denn sie sagte, zuerst würden diese Betriebe abgeschafft werden, die ja einen sinnvollen körperlichen Ausgleich schaffen würden zu diesen ganzen geistigen Studien. Und dann würde, weil das Körperliche fehlt, nur noch einseitig auf die Theorie Schwerpunkt gelegt werden. Und dann würden, weil irgendwie müsste man sich doch körperlich betätigen können, Vergnügen und Wettkampfsportarten an dessen Stelle treten. Und das wäre eine fatale Entwicklung, so Ellen White. Daher verfasste sie zwei besondere Zeugnisse. Und diese wurden 1895 an das Battle Creek College gerichtet. Und der Ort der Niederschrift war Australien, weil Ellen White zu dieser Zeit gerade in Australien war und über die Missstände in der Battle Creek und über die Missstände des Battle Creek College informiert wurde. Und die Intention dieser Zeugnisse war, sie zu warnen. Es wurde mir gezeigt, sagt sie, darüber, dass einige der Studenten ihre Geistlichkeit verlieren würden und ihr Glaube schwach geworden war und dass sie nicht mit Gott verbunden sind. Dies wäre doch plötzlich eine Bankrotterklärung diese Worte für ein College, dass selbst die Studenten, die auf dieses College gehen, ihre Geistlichkeit verloren haben, weil damit das Minimalziel nicht erreicht worden ist. Und weiter, es besteht die große Gefahr, sagt sie, dass die Studenten unserer Schulen es versäumen, die wichtigste aller Lektionen zu lernen. Welche wäre denn das? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Einige haben es nicht nur versäumt, zu lernen, das Joch zu tragen, sondern haben sich auch als unfähig erwiesen, die Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind, zu erdulden. Die unerfahrene Jugend, welche weite Strecken zurückgelegt hat, um die Vorzüge einer Erziehung an unseren Schulen zu erlangen, haben ihren Halt an Jesus verloren. Was für eine traurige Einschätzung und wie sehr musste den Himmel das traurig gemacht haben. Und dies muss auch der Beweggrund des Himmels gewesen sein, sich Ellen White auf diese Weise zu offenbaren, damit es zu einer Veränderung kommt. Das heißt, ihre Kritik war, dass die Studenten unfähig sind, für den Dienst Christi das Joch auf sich zu nehmen und dass sie unfähig sind, selbst Versuchungen zu überwinden. Na, was wäre ihr Christsein denn dann wert? Und sie bemängelte auch, dass die Studenten ihren Halt an Jesus verloren hatten. Was das Wichtigste von alledem war und das Wichtigste von jeder christlichen Erziehung sein sollte. Das heißt, die Seelenlast für andere und das eigene Seelenheil waren dahin, durch die adventistische Erziehung. Und das durfte doch nicht sein, weil der Auftrag an jede adventistische Schule wäre doch genau der zu diesem Christus gerade zu führen, zu einer engeren Beziehung zu ihm zu führen. Stattdessen führten sie aber weg von Christus. Das war die Realität, die traurige Realität. Und der Grund dafür lag einmal an der Qualität der Erziehung, weil es nur Theorie war, die vermittelt wurde, und auch an der Quantität der Erziehung, weil es einfach zu viel der Studien und des Bücherwissens waren. Dazu sagt sie, die gängige Praxis, einige wenige Personen mit einer Erziehung in so vielen Bereichen auszustatten, welche es ihnen unmöglich macht, von all diesen Bereichen Gebrauch zu machen, ist nicht zum Vorteil, sondern zum Nachteil für denjenigen, der diese Erziehung erfährt. Interessanterweise ist genau dies, was sie kritisiert, die heutige Praxis an unseren Universitäten. Und könnte es sein, dass damit unsere Universitäten, ich meine auch Universitäten im Allgemeinen, den Stempel des Widersachers aufgedrückt bekommen haben, weil Satan weiß, wenn das das Licht des Himmels ist, mit Praktisches und Handwerksbetriebe sollte mit inkludiert sein. Und es sollte abwechslungsreich sein, es sollte nicht zu viel Bücherwissen sein, dass er dieses Licht nur umkehren müsste und auf die heutigen Universitäten übertragen müsste, weil er weiß, damit kann er sicherstellen, Menschen von Gott abzubringen. Das kann womöglich kein Zufall sein. Das heißt, das Problem war, dass die Studenten unfähig wurden, ihre Aufgabe zu erfüllen. Und sie verloren sogar das Ziel aus den Augen. Dazu heißt es, solche, die all ihre Energien für das Studium verwenden, sind davon angetan, dass sie von ihren Büchern völlig in Anspruch genommen sind und das Ziel aus den Augen verlieren, zu dem sie an diese Schulen eigentlich gekommen sind. Sie verbringen nahezu ihre ganze Zeit mit dem Lesen solcher Lektüre, auch wenn sie gute Lektüre sein mag, und scheinen darüber hinaus nicht viel zu wissen. Von welchem Vorteil soll eine solche Vorbereitung sein? Das heißt, das College bewirkte letztlich eine Transformation zu Gelehrten. Und das Problem war, diese Gelehrten schwebten dann auf Wolke sieben, aber litten unter einer Kontaktstörung zu den einfachen Menschen auf der Straße und damit wurden es Gelehrte, die keinen Zugang mehr zu den Menschen hatten. Was wäre diese Ausbildung wert letztlich? Das heißt, aus Christen wurden Päpste. Und damit wurde der Aufenthalt an dem College ad absurdum geführt. Auf keinen Fall, schreibt sie weiter, sollte man Schülern erlauben, so viele Studien zu betreiben, dass sie verhindert sind, religiöse Versammlungen zu besuchen. Das kann auch eine Prüfung für uns heute sein, ob unsere Ausbildung, unser Studium gesund ist oder ob sie uns nicht davon abhalten, wirklich den Gottesdienst und die Gebetsversammlung und andere Versammlungen zu besuchen. Wenn man den Studenten mehr Studien auflädt, als wirklich notwendig sind, muss dies zwangsläufig dazu führen, dass sie den wahren Grund ihres Kommens nach Battle Creek vergessen. Und das ist doch ein genialer Plan. Das heißt, die ungeistliche Jugend, die ungeistlich schon war, die ist eh schon abgebracht vom Werke Gottes. Und die kommt ja auch gar nicht auf solch ein College. Aber die geistliche Jugend, die, weil sie geistlich ist, auf dieses College kommt, die wird jetzt auch noch ungeistlich und von ihrem Ziel abgebracht und vom Werk Gottes. Es gefällt Satan, schreibt sie genau dazu, wenn ihr Männer und Frauen in Battle Creek haltet, die eigentlich Arbeiter für die Sache Gottes in seinem Weinberg sein sollten. Das heißt, das College, kurz ausgedrückt, erfüllte seinen Zweck nicht. Wenn Studenten von weit her und mit erheblichen Ausgaben, mit der Erwartung nach Battle Creek kommen, hier unterwiesen zu werden, wie sie erfolgreiche Missionare werden können, so darf dieses Anliegen nicht durch die Fülle an Studien aus den Augen verloren werden. Das heißt, die Missionare wurden von den Missionsgebieten, wo sie zum Segen hätten sein können und nach der Vorsehung Gottes hätten wirken können, wurden von diesen Missionsgebieten abgehalten. Und das müsste als großer Erfolg in den Reihen Satans verbucht werden. Und was gäbe es da für einen Rechtfertigungsgrund? Könnte der Rechtfertigungsgrund eine gründliche Ausbildung sein? Nein, die Frage ist doch, wie lange sollten die Studien dauern? Während so viel getan wird, um einige durch ein erschöpfendes und ausgiebiges Studium zu bringen, gibt es viele, die dursten sind nach Wissen, welches sie in wenigen Monaten, schreibt sie, erhalten könnten. Ein oder zwei Jahre würden ein großer Segen sein. Meine Brüder, euer Vorgehen, es so darzustellen, als seien mehrere Jahre Studium nötig, missfällt Gott. Das heißt, diese mehreren Jahre dürften kein Grund sein, kein Rechtfertigungsgrund, weil man sagt, na, dann werden sie doch besser, dann werden sie gründlicher ausgebildet. Sie sagt, es sollte viel, viel kürzer sein. Weil was bringen all die Jahre, wenn es letztlich nur nutzlose Theorie ist? Sie sagt, wenige Monate, sie spricht auch von ein, zwei Jahren, um für seine Aufgabe fähig gemacht zu werden. Das reicht als gründliche Ausbildung. Könnte es sein, dass heute das Missfallen Gottes auf unserem System, wie wir auch heute ausbilden, liegt? Unser System ist doch darauf ausgerichtet, eigentlich Menschen, die geeignet sind, unfähig zu machen und ebenfalls abzuhalten vom Dienst. Und wir fragen uns, wer ist der Urheber eines solchen Systems? Nach dem Studium sind wir doch häufig zu Wracks geworden und sind unserer Gesundheit abhandengekommen, weil wir uns nur auf die Ausbildung, nur auf das Studium uns fokussiert haben und alles andere hinten ran gesetzt haben. Und dann starten wir sozusagen mit einem Burnout ins Berufsleben und haben zu diesem Zeitpunkt bereits unsere Gesundheit verloren. Solche, schreibt sie, die nach Battle Creek kommen, sollten nicht darin ermutigt werden, mehrere Jahre mit dem Studium beschäftigt zu sein. Unmäßigkeit im Studium ist eine Art der Intoxikation. Und solche, die dem nachgeben, kommen wie der Betrunkene vom sicheren Weg ab. Sie sollten ihre körperlichen und geistigen Kräfte nicht in ihrem Streben, alles verfügbare Wissen der Wissenschaft zu erlangen, aufbrauchen oder gar verschwenden. Sie sagt, die Studiumsabsolventen wären wie Betrunkene. Ein Betrunkener hat vernebelte Sinne. Das heißt, sein Denkvermögen ist gestört. Ein Betrunkener hat die Orientierung verloren. Das heißt, er kommt vom Weg ab. Ein Betrunkener hat schwindende Körperkräfte. Das heißt, er hat seine Gesundheit aufgeopfert. Traf dies auch alles für die Studenten zu? Solche, die zum Lernen nach Battle Creek kommen, sollten zügig und gründlich durch ihr Studium gebracht werden. Durch ein Studium, das von praktischem Nutzen in der gesunden Entwicklung des Körpers ist. Das sind also ihre Kriterien an eine vernünftige, gottgewollte Ausbildung. Sie sollten ein zügiges Studium erfahren. Und sie sollten ein zielgerichtetes Studium erfahren. Und sie sollten ein praktisches Studium bekommen. Und ihre Gesundheit sollte erhalten bleiben. Welcher Studiengang heute auf der Welt erfüllt diese Kriterien? Warum erfüllen wir diese Kriterien nicht mehr? Ellen wendet sich dann noch an die Leiter. Und sie sagt ihnen, dass sie das Werk nicht konzentrieren dürften. Dazu heißt es, die Mittel, die dafür gebraucht wurden, zusätzliche Gebäude als Erweiterung zu den bereits existierenden Gebäuden in Battle Creek zu errichten, hätten besser dazu gebraucht werden sollen, Einrichtungen in Gegenden zu schaffen, an denen bisher noch nichts getan wurde. Gott hat kein Wohlgefallen an der Art und Weise, wie seine Mittel verwendet wurden. Ein Gebäude wurde an das nächste gereiht, nur um die Dinge ein wenig bequemer zu machen. Das heißt, die Konzentration in Battle Creek missfiel Gott. Das heißt, die Kritik betraf auf der einen Seite die Lehrer. Wir lesen, die Lehrer standen nämlich in der Gefahr, den Glauben ihrer Studenten zu schwächen, ihre Studenten von ihrer Aufgabe im Werk Gottes abzuhalten. Dann richtete sie sich aber auch an die Studenten. Denn auch sie standen in der Gefahr, die Verbindung zu Gott zu verlieren. Und das müsste unbedingt verhindert werden. Das Ziel ihres Aufenthalts aus den Augen zu verlieren und auch ihre Gesundheit zu verlieren. Dann wandte sie sich auch an die Leiter. Die Leiter standen nämlich in Gefahr, das Werk unnötig an einem Platz zu konzentrieren. Und ihr Lieben, das war das Zeugnis aus dem Jahre 1895. Und dann wollen wir uns doch jetzt mal an dieser Stelle auch auf ein Positivbeispiel ausrichten und schauen, durch welches Beispiel Gottes wahre Erziehung demonstriert wird. Wie könnte das denn aussehen, nachdem wir all dieses Schlechte, all diese Missstände gehört hatten? Dazu heißt es, die Erziehung, die Mose erfuhr, als Enkel des Königs, war sehr gründlich. Es wurde nichts außer Acht gelassen, was dazu dienen hätte können, ihn zu einem weisen Mann reifen zu lassen. Zumindest nach dem, was die Ägypter unter Weise verstanden. Aber am wertvollsten, um ihn für sein Lebenswerk vorzubereiten, war die Erziehung, die er empfing, wo bitteschön, als er als Hürde diente. Nach weltlichen Maßstäben, und wie häufig schauen wir nach weltlichen Maßstäben aus? Nach diesen Maßstäben war die ägyptische Ausbildung vorzüglich und erfüllte alle Kriterien der höheren Kunst. Nach Gottes Maßstäben war aber genau diese ägyptische Ausbildung wertlos und sogar schädlich für Mose. Und sie würde ihn sogar unbrauchbar machen für das Werk, zu das Gott Mose berufen und auserwählt hatte. Deswegen wählte Gott einen anderen Weg und bestimmte, dass dieser Mose als Ausbildung ein Hürdenleben führen sollte. Und Gottes Ausbildung würde damit das nötige Wissen vermitteln, Nummer eins, natürlich wichtig, aber auch einen entsprechenden Charakter formen, ohne den es nicht gehen würde. In manchen Lebenssituationen ist es so, dass Charakterfestigkeit wichtiger ist als Formelwissen. Und darüber lesen wir auch in den Sprüchen. Denn es heißt in den Sprüchen 16, Vers 32, da ist von einem Charakter die Rede. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte gewinnt. Das ist Gottes Perspektive, das ist es, worauf Gott Ausschau hält, dass wir charakterfest werden und er uns wirklich in den Sturm schicken kann und wir imstande sind, mit einem christlichen Charakter in diesem Sturm auch zu bestehen. Das heißt Gottes Ausbildung fand hier an, im Beispiel von Mose, in den Bergen statt. In der Abgeschiedenheit der Berge, das war Gottes Ausbildungsstätte, lernte er das, was ihm wie bitte nicht hätte vermittelt werden können durch sämtliche Anweisungen im Palast des Königs, nämlich einfachen und unerschütterlichen Glauben und Vertrauen in dem Herrn. Es gibt damit Dinge, die an keiner Universität der Welt gelernt werden können. Es gibt damit Dinge, die du in keinem Kurs, in denen du dich immatrikulieren lassen kannst, lernen kannst, die nur Gott dich unterrichten und dir beibringen kann. Mose glaubte tüchtig zu sein für das Werk Gottes, aber die ägyptische Erziehung machte ihn unbrauchbar für das Werk Gottes. Und so ist es auch manchmal bei uns. Wir müssen, heißt es im Geist der Weissagung, mehr verlernen als neu dazulernen. Moses Berufung war, das Volk Gottes aus der Knechtschaft in Ägypten zu befreien. Und deswegen musste er sich exmatrikulieren aus der Schule Ägyptens und er musste sich immatrikulieren in die Schule Gottes. Die Schule Ägyptens war eine Universität. Die höheren Künste würden da unterrichtet werden. Die Schule Gottes war die Wüste und war die abgeschiedene Abgeschiedenheit der Berge. War es nicht bei Christus auch so, dass er auch so seine Jugend und später dort seinen Ruhepol fand? Die Wüste war ein sicherer Ort, ein sicherer Ort vor der Einflussnahme Ägyptens. Und genau diesen Ort schien Gott als richtig und angemessen für diesen Mose zu sein. Mose war im Besitz von viel Wissen, aber dennoch war er unfähig für die Berufung, zu der Gott ihn auserwählt hatte. Weil viel Wissen hat nichts damit zu tun, dass wir diesen Jesus, der in der Schrift beschrieben ist, der sich uns in unserem Leben offenbart, dass wir diesen Jesus auch wirklich kennen. Moses Erziehung in der Wüste bestand in einer Umerziehung. Und die Dauer dieser Umerziehung, die Dauer des Studiums war für eine Jahreszahl von 40 Jahren. Nach 40 Jahren war Mose dann endlich tüchtig für das Werk Gottes. Nachdem er erst erzogen wurde nach ägyptischer Weisheit für 40 Jahre, wurde er dann, hat es ganze 40 Jahre gebraucht für Gott, ihn umzuerziehen und fähig zu machen. Und diese Umerziehung, dieses Studium von Gottes Seite fand statt ohne irgendwelches Lernen von Vokabelwissen, fand statt ohne das Lernen von Formeln, fand statt ohne den Gebrauch von Büchern. Sondern das, was Gott ihn an die Seite stellte, waren ein Haufen blökender Schafe. Genau das würde ihm die Lektion des Lebens erteilen und würde ihn fähig machen, die Zukunft sinnvoll zu bestreiten. Solch ein Setting war es also, welches sich Gott ausgedacht hatte. Nach ägyptischer Denkweise war das, was dieser hochbegabte Mose da tat in der Wüste, nichts als reine Zeitverschwendung. Aber Gott sieht die Dinge nun mal anders und Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und seine Wege manchmal anders und tiefgründiger und weitläufiger als unsere Wege. Solche, schreibt sie dazu, die danach trachten, durch die Erziehung in den Schulen der Menschen tüchtig gemacht zu werden für die Sache Gottes, werden herausfinden, dass sie es versäumt haben, die wichtigeren Lektionen zu lernen, die der Herr sie lehren wollte. Dadurch, dass sie es vernachlässigt haben, sich selbst den Eindrücken des Heiligen Geistes zu unterstellen, das ist Gott wichtig. Und den Gehorsam zu allen Anforderungen Gottes zu leben, auch das ist Gott wichtig, wurde ihre geistliche Effizienz geschwächt. Das heißt, dein Studium, deine Ausbildung, deine Lehre, deine Universität müsste, wenn sie sinnvoll wäre, beinhalten, dass du dem Geist Gottes unterstellt bist, damit du eine Beziehung zu Christus aufbauen kannst. Sie müsste beinhalten oder auch möglich machen und es dir nicht verwehren, dass du Gott gehorsam sein und bleiben kannst, damit du handeln kannst wie Christus. Das wäre der Plan. Unsere Ausbildung dürfte dem nicht zuwider- oder entgegenstehen. Aber wie viele Studiengänge führen in der Regel genau weg davon? Je weiter sie, also die Studenten, in ihrem Studium gelangen, desto weniger verspüren sie das Verlangen, schreibt sie schon damals, nach dem Wissen über Gottes Willen und Wege zu suchen. Niemand sollte ein Studium absolvieren, das in irgendeiner Weise seinen Glauben an die Wahrheit und Gottes Macht schwächen würde oder sein Verständnis von einem heiligen Leben trübt. Ich warne alle Studenten, einen solchen Schritt zu gehen. Das heißt, Ellen warnt uns sogar davor, weil unser ewiges Schicksal würde dadurch auf dem Spiel stehen. Würde irgendein Studium der Welt es wert sein, dieses Schicksal aufzugeben, dieses ewige Leben aufzugeben? Letztlich müssen wir noch eine Möglichkeit finden, wie wir uns tüchtig machen können für Gottes Werk oder für unsere Arbeit, wo wir nun mal arbeiten, und trotzdem als oberste Priorität Gott treu zu bleiben. Das heißt, ein wahrer Christ wird sich nicht abbringen lassen im Wandeln von Christus. Wenn die Erziehung nach menschlichen Maßstäben in einem Maße vorangetrieben wird, dass die Liebe zu Gott im Herzen schwindet, dass Gebet vernachlässigt wird und christliche Tugenden nicht kultiviert werden können, so ist diese Entwicklung absolut verheerend. Das heißt, deine weltliche Ausbildung darf nicht zum Verlust deines ewigen Lebens führen. Und ist es nicht so, dass Satans Stil folgender ist? Er gibt dir Wissen gegen Tugend und Erfolg gegen heiligen Wandel? Das heißt, er gibt dir ein schönes Leben, ein erfolgreiches Leben auf dieser Welt und dafür gibst du das Bessere, das ewige Leben auf? Das dürfte nicht sein. Werden so nicht Tausende vom Weg abgebracht? Wenn wir keine Zeit mehr fürs Gebet haben und wenn wir keine Zeit mehr für Mission haben, dann müssten wir uns Sorgen machen. Wir dürften uns von nichts abbringen lassen von der Beziehung zu Christus und wir dürften uns auch von nichts abbringen lassen von unserem Auftrag, den Gott dir und mir in diesem Leben gegeben hat. Wir lesen hier, summa summarum, wenn wir zusammenfassen, sie schreibt, dass einige nach ihrem Aufenthalt im Battle Creek weniger befähigt waren, ihre Lebensaufgabe zu erfüllen als vor ihrem Aufenthalt im Battle Creek. Einige besser für Gott einsetzbar wären, wenn sie nie nach Battle Creek gekommen wären und Studenten, die ihren Kurs oder Studenten, die Kurs um Kurs belegten, ihre Last für Seelen verlieren. Um das auf den Punkt zu bringen, schreibt sie, in Battle Creek wird ein Kurs verfolgt, dem Gott nicht zustimmen kann. Diese kurze Zusammenfassung all ihrer Kritik, all ihrer Missstände, die sie sah, könnte jeder verstehen. Und jeder könnte verstehen, dass das, wie es in Battle Creek vor sich ging, nicht unter dem Segen Gottes stehen könnte. Das hier ist also ihre Quintessenz. Und genau mit diesem Satz, den wir gerade gelesen haben, schloss sie ihr langes Zeugnis an Battle Creek gerichtet ab. Folgend fassen wir noch mal ihre Kritikpunkte zusammen. Da heißt es, Ellen rief zum Wegzug auf, da der Radius der Mission aufgrund der Konzentration in Battle Creek eingeschränkt war. Viele Glieder in Battle Creek durch ihre Untätigkeit in der Gemeinde und Mission geistlich am Sterben waren. In Battle Creek immer mehr Mammutinstitute entstanden, statt vieler kleiner Anstalten auf dem Land verteilt. Das Battle Creek College seine von Gott zugewiesene Aufgabe einfach nicht erfüllte. Und die Frage, ihr Lieben, wäre, würde Gottes Volk auf Gottes Wort hören und die Warnungen beherzigen? Sofern Gottes Volk nicht hören würde und halsstarrig wäre, was ja nicht das erste Mal in der Geschichte wäre, welche Mittel hätte Gott dann noch, sie wegzubringen von Battle Creek und sie dahin zu bringen, seinem Ruf Battle Creek zu verlassen, wirklich Folge zu leisten? Und Ellen gab darauf eine Antwort. Und wir lesen exakt da weiter, wo wir eben gestoppt hatten. Und da heißt es, ich wurde angehalten, dir zu sagen, dass du nicht weißt, wie bald die Krise über dich kommt. Mit anderen Worten, bei Ungehorsam würde eine Krise über Gottes Volk kommen. Das heißt, bei Unwillen zum Verlassen von Battle Creek würde Gott sie womöglich mit der Peitsche hinaustreiben? Diese Worte schrieb sie nieder im Jahre 1895. Das heißt, Gottes Plan A war, sich zu offenbaren, dem Volke Gottes, durch die Propheten. Aber wenn dieser Plan A nicht fruchten würde, müsste Gott zu Gottes Plan B schreiten, damit sein Plan, sein Erlösungsplan, seine Absicht mit diesem Volk sich, auch wenn sie es nicht wollten, wenn sie ungehorsam bleiben wollten, trotzdem erfüllen würde. 1895, als diese Zitate geschrieben wurden, dieses Zeugnis geschrieben wurde, stand die Alpha-Krise schon vor der Tür. Könnte es sein, dass Gott durch die Alpha-Krise dieses Volk, was einfach Battle Creek nicht verlassen wollte, letztlich aus Battle Creek doch noch hinaustreiben würde? Könnte Gott durch Probleme in unserem Leben und durch Schicksalsschläge womöglich diese Mittel gebrauchen, um seinen Plan mit uns letztlich doch noch zu erfüllen, so wie er es damals machte, wo er die Alpha-Krise zugelassen hat, wodurch Gottes Volk in Battle Creek sich doch noch übers Land verteilt hat?